Also gut, dann weiter geht's. Wir haben ja hier noch ein Outfit. Mechanic Outfit outside the back office. The back office. In a wooden crate next to an engine. Outside the back office. Was heißt denn das bitte? Was ist das back office? Next to an engine. Neben einem Motor. Back office. Da ist ja nirgends ein Motor. Outside the back office. Ich würde sagen, das ist das Offizier. Neben einem Motor. Hier ist ein Motor. In einem Wood Crate. Drüben ist auch ein Motor. Next to an engine. Da ist auch ein Motor. Oder haben wir das Outfit schon? Ich sehe hier gerade nirgends was. Hier drüben ist ja auch nirgends ein Motor. Aber outside kann er halt auch heißen ganz draußen. Ansonsten muss ich dann die Outfits später mal anschauen. Weil hier wird zum Beispiel auch eine Holzkiste. Aber da ist nirgends drin. Das ist nirgends. Gut. Dann lasse ich das erstmal hier so stehen. Gangsters monthly. All Saints Day Massacre. Das haben wir glaube ich nicht. Nee. Es fehlt uns. Kann man da? Nee. Ich mach da mal kurz einen Waypoint. Dann würde ich sagen. Salieri Spa ist abgeschlossen soweit. Abgesehen vom Outfit. Train Access. Da könnten wir Zug fahren. Da ist ein Auto. Postcards. All fünf Postkarten hanging on the notice board in a corner. Each of the Postcards spawns a hidden car. Okay das ist ganz auf der... Alter das ist noch so viel Junge. Bis wir da fertig werden. Berleptonis Bäckerei. Letter from Jack. Cigarette Card. Sam Trapani. Letter from Bank. Dann haben wir gesehen. Das weiss ich noch. Die Bäckerei können wir eh nicht anschauen. Oder nochmal anschauen glaube ich nicht. Zumindest. Aber wir müssen... sowieso hier hin. Und die Bäckerei ist gleich da um die Ecke. Von daher können wir... doch noch kurz... ein Abstechen machen. Falls das nötig ist. Mal schauen. 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 Juda ist kurz mal langsam verfallen. . Die Bäckerei sollte hier irgendwo gleich links auftauchen, auf der Strasse oder an der Böcke, Wadschutzshop, hier sind eine, da haben wir die Bäckerei, hier ist sie, aber ich glaube nicht, da kann man nicht nochmal rein, aber hier haben wir zumindest nochmals die Bäckerei, und das Wanted Poster ist gleich dort drüben, am Dino, oh die sieht ziemlich böse aus, for Teacup Poisoning, Ava Agricolova aka Lemon Lady, Teetassenvergiftung, Teetassenvergiftung, auch schön. Dann haben wir hier oben noch einen Fuchs, da haben wir eine Telefonseile, Freeroam, read the letter from a friend note, on the pool table at Celeris Bar. Ah, da können wir auch gleich hin, das ist also der Hinweis, den wir vorhin bekommen haben, das wir gelesen haben. Ja fahrt doch, Junge! Mit diesem Foxglühfel drauf. Da ist der Fuchs. Im Hintergarten. Irgendwo hier. Im Haus, nee, da ist er. Auf der Couch. Oh Mann. Guten Tag Officer, nichts spezielles hier vorgefahren, alles gut. Ich habe hier bloß gerade geparkt, keine Grund zur Sorge. Fahre ich gleich mal zur Telefonzelle rüber? Schlagen die sich jetzt? Ne, schade. Wäre noch lustig gewesen. Da ist die Telefonseile. Lost Heaven, Paint and Wallpaper. Und es klingelt. Ich bin gespannt. Die Crazy Horse. Hallo Freund, ich freue mich, dass du dich mir anschliesst. Kürzlich habe ich einige besondere Fahrzeuge erworben. Bringst du meines unbeschadet zurück, schicke ich es in deine Garage. Diese Nachricht zerstöre ich in 5 Sekunden selbst. Okay. Zeit übrig. Steige in den Wagen. Okay, holy shit. Ne, nicht wieder so eine Scheisse mit dem Auto überführen und so. Yo, das fährt sich beschissen. Das ist bestimmt wieder mega knapp, weil es ja auf klassisch gespült wird. Yo. Oh. 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 Gut. Alles, alles gut. Ich habe nichts getan. Okay, dann halt nochmal ein bisschen vorsichtig fahren, weil wenn Schub hier ist, dann kann man es absolut nicht steuern. Das ist so ein Hot Rod Car. das ziemlich schnell fährt wie man sieht. 120. 120 und das irgendwie 1938 oder so. Junge, Junge. Ein Unfallentug ist tot und ich seh nix. 130. Shit. Es ist doch kaum zerstört. Attempt number three. Das Ding fährt sich beschissen. Nur damit wir das schon mal festgestellt haben. Und man darf es kaum beschädigen. Kein einziger Unfall darf hier geschehen, Junge Frau. Aber trotzdem muss ich schnell sein wie die Sau. 148. Wie weit ist es? Jo. Kaum machbar. Kann ich jetzt schon sagen. Kaum machbar mit dieser Zeit und nicht mal ein kleiner Anschubser irgendwo. Fuck you! Atempt number four. Ich würde sagen, vorerst und letzter Versuch, wenn ich es nicht schaffe. Hier jetzt. Dann lasse ich das erstmal. Ernsthaft. Gut. Gut. Ich würde sagen, ich lasse das erstmal. Vier Versuche. Nicht geschafft. Machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. In klassisch. Wahrscheinlich unmachbar. Über die ganze Map fahren. In dieser kurzen Zeit. Aber ich behalte es im Hinterkopf. Dann gehen wir hier hin. Und dann haben wir eigentlich fast diese Seite der Stadt geleert. So weit es geht. Es sind schon noch ein paar Sachen offen. Aber wir haben es bald fast geschafft. Da hin. Da hin. Ja, sorry. Ihr müsst halt auch nicht ins Auto laufen. Seid ihr auch wirklich selber schuld? Irgendwo hier links haben wir den Wanted. Seid. Da. Da. Da haben wir es doch. Jaroslav Zasinka. A.K.a. Birberon. For bootlegging. Alkohol-Schmuggels. Os. 아� websites. Okay. Da. Da. hier unten an outfit curse of the baker das kann ich vergessen da braucht man eben die mission um das outfit zu bekommen und für die mission muss man alle anderen telefon mission machen black mask the flame kann ich kurz schauen ob wir das haben black mask the flame das wäre die nummer 5 das können wir uns anschauen es wäre irgendwo hier dazwischen obendrein ist noch ein fuchs und ein anderes comic a little different than all the rest a quite old fashioned where i had sometimes played chess and when i'm out i'm looking for that vintage flame but all complexion is that i don't so hard to find they seem impossible to score so i dream on just only find that vintage love so 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 so